Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Zedimeter. Heute habe ich euch zwei Dinge mitgebracht. Einerseits das hier. Ich war seit langem wieder mal im McDonalds und ich habe mit Jamie zusammen, frag nicht warum, bitte nicht, ein Happy Meal bestellt. Das war drin. Ich einfach und verbesserlich vier, irgendeine, so eine, keine Ahnung was das ist. Ein bisschen ASMR. Ist das nicht hübsch? Ich weiss nicht, was das darstellen soll. Also ja, Minion, aber diese Form hier oben ist ein bisschen... Das ist ein Superman-Minion. Sieh man es? Man muss nicht alles verstehen, es ist noch was drin. QR-Code drauf. Mal sehen, was kommt, wenn wir den scannen. Ja, Virus. Happy Meal.com ist ein Game. Warnung, okay, weiter. Ich habe hier so einen Code, den muss ich jetzt hier eingeben. Was ist jetzt das schon wieder? 715 eingeben. Aha, ich bin noch mit der Box hier verbunden. Hilfe! Was geht hier ab? Checkt nix. Naja, also. Das wäre erledigt. Das zweite ist, ich habe euch wieder mal ein Spiel mitgebracht, nämlich... Hey. Wer hat das Licht ausgemacht? Hallo? Hallo? Mach das Licht wieder an, du Kleiner! Ist immer noch nicht an. Was ist das wieder für ein Dreck hier, wirklich? Jetzt ist wieder Sonntag, ich möchte eine Aufnahme machen, dass ihr wieder was Gutes habt und jetzt funktioniert das wieder nicht. Leute, ich glaube, wir müssen es verschieben. Nächsten Sonntag kommt Chuchu Charles. Ich wünsche euch bis dahin viel Spass. Vielleicht kommt diese Woche noch ein Short oder so. Aber bis dahin, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Bis nächsten Sonntag, tschüss.